Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Bros U Relax. Ich hoffe es gefällt euch, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und los geht's. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. 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 Scheiße, Mann. Vielleicht ist die noch mal. Yagi, no! Diese Tintenfische rücken mich am meisten aus. Die Tintenfische rücken mich am meisten aus. Die Tintenfische rücken mich am meisten aus. Es ist so schön. Man, ihr müsst hier. Das ist so weird, das ist so gut. So schneiden wir uns hier raus. Egal, kann ich auch noch. Tegernetscho bieten. Gott sei Dank. Das ist so schön. Das ist so schön. Perfekt. Ich hausse diese Rollen, ehrlich. Ich hausse diese Rollen, ehrlich. Woah! Ich füge die die Hügel. Wie ist das? so 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 Das muss man sich verstehen. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Es ist so schön, es ist so schön. Nein? Oh, schon, Tricks. Ja, genau. So, hallo. Ja, das ist so schön. Ja, genau. Scheiße, Mann. Darauf gehe ich jetzt eigentlich mit, ähm, Luigi. Das ist so schön, hier ist mein Leister von mir. Vorsicht, 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 ich bin wirklich los. Und die nächste. Die nächsten zwei. Okay. Oh, das wird nichts. Oh, Schick. Moment, sonst hier raus. Hier. Ja, oh. Oh. Nee, Vorsicht. Ich wechsle nur die Torsten. Schau mal einen Versuch noch. Schau mal weiter. Nur in dieser einen Scheiß rauskommen. Okay. Wo. Ich. glo. Immer, immer mehr in 2, dann kommen wir 2, dann kommen wir 2, dann kommen wir da oben, dann 3, 3, nee, 4, so ist es, und immer einer, einer kommt immer über dich, so ist es. Oh, nein, das ist ja nun. So, ich würde es mal sagen.